Hey Leute und willkommen zur letzten geschnittenen Episode der Trainerkarriere in FIFA 15. Alles was hier nach noch kommt, werden normal kommentierte Parts werden. Dementsprechend freut ihr schon mal darauf, aber heute gibt es nochmal einige spannende Spiele, denn wir laufen aufs Ende der Saison zu und wollen Leistung bringen. Erstes Spiel war jedenfalls gegen Freiburg, die mit dem besseren Beginn, Franz und plötzlich gibt es Elfmeter. Ich wusste erstmal gar nicht wieso, weil ich hatte zwar gegrätscht, aber eigentlich kein Foul begangen. Aber in der Wiederholung sieht man es nochmal, der Spieler Rüdiger, den ich in der Situation überhaupt nicht kontrollierte, macht einen Foul. Man sieht es hier nochmal, geht rein, trifft den Gegner unglücklich, ist Elfmeter, kann man machen. Ich persönlich konnte allerdings nichts dafür, weil ich steuerte den Spieler da unten links im Bildschirm, hatte damit überhaupt nichts zu tun und somit verursacht der Computer bei mir einen Elfmeter. Die Chance für Darida, Zuführung zu treffen für die Freiburger gegen Ulreich. Ulreich bekanntlichermaßen nicht der beste Torhüter bei den Elfmetern, aber vielleicht hält er mal einen. Darida läuft an und Ulreich hält sensationell. Sehr gut platziert der Elfmeter eigentlich, oben links ins Eck, gar nicht mal so schwach, aber Ulreich taucht ab und hält diesen Ball sensationell gut. 23. Minute, dumme, ganz, ganz dumme Situation von Franz, der hier gelb-rot zieht. Nein, von Schuster war es, es tut mir leid, Schuster. 24. Minute, keine Bedrängnis im Mittelfeld und er geht mit gelb vorbelastet so rein. Da muss man dann einfach auch mal sagen, selber schuld bei so einem Platzverweis. Somit also ab der 24. Minute wir zu Elf gegen Zehn. Das sollte ein Vorteil werden, denn wir machten hier einen Sturmlauf. Auf Maxim, nächste Chance, wie zuvor auch schon Paulsen, aber er scheitert hier. Am guten Freiburger Keeper Bürki, der da sehr gut stehen bleibt und den Ball abwehrt. Dann bereits der Anfang der zweiten Hälfte. Maxim mit dem linken Fuß unter Kante der Latte auf der Linie und dann in die Arme von Bürki. Viel Pech da für mich, das muss eigentlich die Führung sein. Sehr, sehr schöner Versuch von Maxim, der weitermachte. Zieht in die Mitte. Alexandro Maxim, die Chance und die lässt er sich nicht nehmen. Auch sein schwacher Fuß, auch damit mit dem linken kann er das mehr als gut. Schöner Finesse-Shot oben links rein zum 1 zu 0, das mittlerweile hochverdient war. Denn wir drückten weiter. Wieder ist es Maxim, der sich gut durchsetzt. Maxim, nächste Großchance, aber Bürki mit einem grandios guten Spiel. Ohne ihn stünde es hier mindestens 3 zu 0, vielleicht sogar 4 zu 0. Dann Paulsen. Es ist Maxim. Macht Maxim sein zweites? Natürlich. Eiskalt vorm Tor. Schließt er da wieder mit dem linken Fuß ab per Finesse-Shot ins Eck. Bürki chancenlos bei so einem Versuch. Und das entscheidende 2 zu 0. Und weiter drückten wir nur auf ein Tor. Paulsen auf der rechten Seite setzt sich durch in die Mitte. Da ist die Darby, geht am Torhüter vorbei, wird gefoult und Bürki, er kann einem nur leidtun. Sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Trotzdem lassen seine Vordermänner viel zu viel los, sodass er hier das Notfoul zielen muss. Die Elfmeterschance nun also für uns zu treffen. Unser Standardschütze Maxim leider nicht mehr drin. Somit bleibt die Aufgabe in Werner hängen. Doch auch der macht sehr gut links ins Eck. Keine Chance für Bürki. 3 zu 0 für den VfB. Und somit die absolute Entscheidung in der 88. Minute. Das war es dann auch von diesem Spiel schon wieder. Drei Punkte kommen mit an den Neckar. Drei wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze. Nach dieser sehr, sehr guten Leistung von Alexandru Maxim, der weiterhin hier, oder jetzt wieder, an der Spitze der Torjägerliste steht. Mit 19 Toren, 2 vor Kießling. Auch in der Tabelle stehen wir nur noch 2 Punkte hinter Schalke. Das kann was werden. 4 Spiele, 2 Punkte, das ist möglich. Zumal wir im nächsten Spiel gegen Schalke spielten. Sollten wir dieses Spiel also gewinnen, würden wir auf die internationalen Plätze rücken. Ein sehr wichtiges Spiel und damit wollten wir natürlich unsere volle Elf hinschicken. Maxim, Harnik, Kostic, Paulsen. Das volle Aufgebot der besten Spieler unserer Mannschaft. Sollten es heute richten gegen den großen FC Schalke 04 auswärts in der Felddienstarena. Die hier durch eine sehr schöne Choreografie vor Spiel zu begeistern konnten. Zu begeistern wussten, besser gesagt. Und Maxim gleich mit der ersten Gelegenheit. Guter Schuss aus der Distanz, direkt vom Anspiel an, aber knapp drüber. Dennoch, die Marschrichtung war klar vorgegeben. Aber auch Schalke mit gefährlichen Szenen. Höger auf Hüntelaar, Außennetz vom Schalker. Also auch dort herrschte Gefahr vorm Tor. Kostic dann, 16. Minute, setzt sich durch gegen Utida auf rechts. Spielt dann in die Mitte, da ist Maxim. Guter Finesse-Shot, aber leider mit der Drehung in die falsche Richtung. Somit weckt vom Tor in Richtung Eckfahne. Leider etwas unglücklich. Höger, dann mal der schöne Ball auf Jefferson. Fahr-Fun und der Ball landet am Ende am Pfosten. Guter Versuch, auch hier vom Peruaner. Etwas unglücklich in der Situation, aber sehr guter Versuch. Maxim per Freistoß, auch der nicht schlecht. Es war ein Spiel des Abtastens. Viele Chancen, aber im Endeffekt keine wurde davon genutzt. Sehr viele vergeben. Und jetzt bitte mal Applaus für Rüdiger. Holt den Ball am eigenen Strafraum und dann setzt er zum Solo an. Spielt den Ball nochmal auf sich selbst auszusehen. Aber das macht er dann trotzdem gut gegen das Target. Zieht in die Mitte, ist aus sehr spitzen Winkel vorm Tor und zack, gegen die Latte. Ganz viel Pech da, dass der Deutsch und, ich weiß nicht, wo er sonst noch herkommt, Sierra Leone. Genau, halbdeutsche, halb Sierra Leone. Sofern das die Bezeichnung ist, obwohl es komisch klingt. Egal. Leider konnte er nicht treffen. Gute Szene von ihm. Pech gehabt mit der Latte. Ebenso wie Schalke hier durch Nastasic zur Chance kam, aber Ulreich abwehren konnte. Dann nochmal die 87. Pause im Gehalt und fast kommt da nochmal Werner hin. Aber geklärt am Ende. Und somit ist das Spiel dann auch schon fast vorbei. Bis zu dieser Chance von Schalke. Nastasic plötzlich vorne drin im Sturm. Und das sieht man dann einfach, dass er kein Stürmer ist, sondern ein Innenverteidiger. Denn dieser Ball hätte rein müssen. Sam nochmal mit der Chance. Und wenn man solche Chancen nicht nutzt, dann darf man sich auch nicht darüber beschweren, wenn so ein Spiel 0 zu 0 ausgeht. Denn sowohl ich, aber vor allem auch Schalke hatten wirklich hochkarätige Chancen, die wir nicht zu nutzen mussten. Und dementsprechend geht das 0 zu 0 aus. Wir können leider nicht vor Schalke rücken, aber immerhin ein Punkt, kein Punkt Verlust. Und Schalke kann auch nicht davonziehen mit diesem Punkt. Und nur noch ein Punkt hinter Gladbach und Dortmund und zwei hinter Schalke. Das heißt, jetzt geht es gegen Mainz. Und dieses Spiel muss gewonnen werden, wenn wir die Hoffnung weiterhin aufrechterhalten wollen. Wieder eine Top-11 mit den besten Spielern. Natürlich ins Spiel geschickt. Und es fing direkt gut an. Schöner Pass von Rüdiger auf Ginzek. Der weiter auf Maxim. Der zieht in die Mitte. Alexandro Maxim. Schöner Finesse-Shot. Leider knapp am Tor vorbei. 1 zu 0. Noch nicht ganz, aber nicht weit davon entfernt. Maxim wieder dann. Wenige Minuten später. Dieses Mal macht er es fast besser. Aber Capino im Weg. Dennoch. Der Ball wäre schon mal aufs Tor gegangen. Und genauso ging es weiter. Schöner Ball von Gentner auf Ginzek. Der zieht den Togo an. Ginzek ist durch. Ginzek. Aber Capino weiterhin mit einer guten Leistung hält auch diesen Ball. Dennoch. Ich mittlerweile oder von Anfang an des Spiels eigentlich klar überlegen. Doch auch Mainz kam mal. Mali auf der rechten Seite in die Mitte. Da ist Kuh. Schöner Schuss ans Außennetz. Etwas zu unplatziert. Weiterhin 0 zu 0. Zum Ende der ersten Halbzeit. Freistoßgelegenheit dann für Kuh. Wieder. Schöner Schuss. Knapp am Tor vorbei. Er kann es halt nicht ganz so gut wie Geist. Doch trotzdem ein sehr guter Versuch. Alexandro Maxim im Strafraum dann mal. Verliert den Ball zuerst. Holt ihn wieder. Dann kommt Saúl. Auch das kein schlechter Versuch. Knapp am Tor vorbei. Capino hätte da vermutlich nichts mehr ausrichten können. Wenige Zeit später dann. Die nächste Chance für Mainz per Freistoß. Und dieses Mal macht es Geist. Ich sagte, er macht es besser. Er macht es besser. Wunderschöner Freistoß in den Winkel. Sogar habe ich da noch einen Spieler auf der Linie stehen. Doch selbst der kommt da nicht mehr ran. Weil der Ball so platziert und so stark geschossen ist. Dass man da nichts machen kann. 1 zu 0 für Mainz. Durch diesen brillanten Freistoß von Johannes Geis. Da kann man wirklich nur staunen. Sehr, sehr schönes Ding. Richtig gut gemacht. Doch ich wollte natürlich was entgegenbringen. Aber durch solche Fehlpässe klappt das nicht. Ganz schwacher Pass von Gentner. Und dann Glück, dass Ulreich da am Ball ist. Und der Ball somit nicht reingeht. Auf der rechten Seite Pausen. Zieht in die Mitte per Job. Spielt in die Mitte. Da ist Werner. Und dann diese Riesenchance. Aber er springt am Ball vorbei. Wenn er den trifft, ist es drin. Dann ist es 1 zu 1. Und dann haben wir hier die Chance eines Sieges noch. So leider vorerst nicht. Dann mal Serge Gnabry. 76. Gnabry. Aber Capino weiterhin in überragender Form. Hält alles, was auf seinen Kasten kommt. Super Leistung von ihm. 90. Minute bereits. Maxim. Da ist Rüdiger. Geklärt. Doch aus dem Hinterraum. Kommt Rausch. Und Capino ist da. Und wirklich. Man konnte an diesem Tag nichts gegen ihn ausrichten. Er hielt alles. Und somit gewinnt Mainz 05 1 zu 0 knapp. Ich war eigentlich die bessere Mannschaft. Aber Capino einfach. Der bessere Spieler. Ob wir es also dennoch noch schaffen können, ins internationale Geschäft zu rücken, seht ihr in den nächsten Episoden, wo wir darum kämpfen werden. Vielleicht ist es ja irgendwie mit sehr viel Glück noch möglich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dann. Und tschüss.